In letzter Zeit hat uns Katrin bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten immer wieder überrascht. Jetzt wartet eine Überraschung auf sie, allerdings keine schöne. Wir lieben es, wenn Katrin Ulrike Frank bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mal wieder die Maske des Businesswoman of the Year fallen lässt und sich menschlich und nahbar zeigt. Tatsächlich hat sie uns in den letzten Wochen mehr als einmal überrascht. Oder habt ihr damit gerechnet, dass sie Nicole, Laura Lippmann, trotz aller Vorbehalte der gemeinsamen Familiengeschichte gegenüber so nah an sich ranlassen würde, wie kurz vor dem Ausstieg Laura Lippmanns, 33, aus dem GZSZ-Kosmos? Ein wenige mussten wir schon die Tränchen verdrücken, als es zwischen den beiden Frauen in Nicoles Hotelzimmer zu einer innigen Umarmung kam. Und dass Katrin sich bereit erklärte, ihrer Stiefschwester aus der Patsche zu helfen, und sie mit dem eigenen Auto nach Dortmund fuhr, ließ die Geschäftsfrau mal wieder richtig strahlend dastehen. Doch wie geht es für Katrin in der Serie demnächst weiter? GZSZ Katrin und Tobias holt der Alltag ein Wie wir aus den aktuellen GZSZ-Vorschauen erfahren, laufen Katrin und Tobias, Jan Kittmann, nach ihrer Rückkehr direkt wie der Gefahr, vom Alltag eingeholt zu werden. Katrin setzt Prioritäten, wobei sie jedoch nicht ahnt, dass noch eine böse Überraschung auf sie wartet. Was könnte damit gemeint sein? GZSZ Katrins Kleinkrieg gegen Carlos Fest steht, dass sich die Geschäftsfrau noch immer inmitten eines Kleinkrieges mit Carlos, Patrick Fernandes, befindet, der seinen Höhepunkt sicherlich noch nicht erreicht hat. Denn wie wir euch bereits berichtet haben, lauert Carlos auf die Chance, WL zu schaden, und will dafür sogar Alicia, Josefeng Bressel, instrumentalisieren. Es bleibt also spannend, mal sehen, ob am Ende Katrins Coolness oder Carlos' Feuer die Oberhand gewinnen. Dass sich die beiden friedlich einigen, ist fast ausgeschlossen. Schließlich sind wir bei GZSZ nicht in einem Streichelzug. GZSZ K.